Willkommen zu sehen Die Tetebella hier zu spielen Wenn du nicht mit uns spielen kannst Servus beieinander, ich bin StarBadwood Und wir sind wieder zurück bei Grim Fandango Ja, sozusagen am Stützpunkt der Resistance Ja, der Resistance Schauen wir mal uns hier um Sie rührt sich nicht Er öffnet sich nur für Mitglieder des ZVS Schauen wir mal, dass hier noch so ist Okay, dann hören wir mal zu Okay, ich bin dabei Was muss ich tun? Ich werde eine Untergrundbewegung aufbauen Um das Unrecht in El Maro zu bekämpfen Je weiterer sich das Zentralkomitee verlorener Seelen ausbreitet Desto wichtiger wird die Kommunikation werden Wir brauchen Boten, denen wir vertrauen können Da ist mir wohl etwas entgangen Hast du dich noch nie gefragt, warum nicht einmal deine besten Kunden? Für die Arrangements in Frage kommen, die sie verdient hätten Doch, besonders bei meiner letzten Kundin Mädchen Nun, sie kamen alle in Frage Manuel Sie ganz besonders Aber irgendwie stiehlt ihnen irgendjemand mit Zugang zu den Akten ihre rechtmäßige Belohnung Ihre Zukunft im Jenseits Ihre Tickets für Nummer 9 Precisamente Amigo Und was passiert dann mit den Tickets? Ein Fahrschein für die Nummer 9 ist wie pures Gold, Manuel Besonders für jemanden, dessen Akte zum Zeitpunkt seines Ablebens alles andere als makellos war Irgendjemand hier profitiert von denen, die sich ihre Fahrt in den Himmel erkaufen wollen Aber Geld hat hier keine Bedeutung mehr Wir wollen doch alle nur raus Du willst raus Manuel Und ich werde es eines Tages auch wollen Aber diese Welt ist alles, was manche noch bleibt Also suchen sie hier in der achten Unterwelt Glück und Erfüllung Und dafür braucht man selbst hier Geld Also sind wir in der achten Unterwelt auch interessant zu wissen So, dann wird es jetzt weitergehen Mal schauen, was wir sind Du willst, dass ich euer Bote werde? Nein Manuel Wir sind wenige und unsere Agenten zu wertvoll Um solch gefährliche Tätigkeit zu verrichten Die Vergangenheit lehrt uns, dass nur ein Bote einer Sache wie unserer dienen kann Brieftauben Wenn ich dir ein paar Tauben vom Dach hole, darf ich dann gehen? Nein, ich muss sie von Geburt an ausbilden, Agent Calavera Du musst mir ihre Eier bringen Du hältst mich hier fest, weil du Eier brauchst? Warum stehst du noch hier rum, Calavera? Besorg mir eine Luftwaffe, ehe sie schlüpft So, das muss an Informationen genügen, Soldat Viva la Revolution! Tja, dann werden wir mal weiter schauen Wo habe ich jetzt leider nämlich noch dunkle Erinnerungen, wie das funktioniert Du bist also nicht wirklich Sekretärin? Ich bin eine Spionin, Manny Na, diese Zeitarbeitsvermittlung benutzen wir bestimmt nicht mehr Irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, mach mit oder stirb Aber ich bin doch schon Nochmal Fragt Copal sich eigentlich nicht, wo du bist? Don und Domino haben sich mit einem ihrer ach so wichtigen Vorgesetzten aus der Stadt in Dons Büro eingeschlossen So ein Fettsack mit nem Face Hm, wer ist dieser Dickwanst? Und welche Rolle spielt er in diesem düsteren Puzzle? Woran arbeitest du da gerade? Ich versuche dieses Funkgerät zu reparieren, damit wir es im Feld benutzen können Aber es sieht ziemlich hoffnungslos aus Salvador hat recht Wir brauchen gute altmodische Brieftauben, um mit unseren Agenten in Kontakt treten zu können Ihr habt da draußen Agenten? Nein, im Moment sind da nur Sal und ich, Manny Aber eines Tages Bin weg Kämpfe den gerechten Kampf, Schätzchen Tja, mach mit oder stirb Wieder Viva la Revolution Aber Oh, schau mal an Dieser Computer ist abgeschaltet Wir haben das Ding, seitdem es ausgemustert wurde Aber wir haben es noch nicht ans Laufen gebracht Aber wenn wir soweit sind, dann brauchen wir dich, um in das System zu kommen Bis dahin bin ich längst weg Das wird sich zeigen, Manuel Tja Also gut vorbereitet ist der noch nicht Dieser Ausstand, wie man merkt So, jetzt heißt es für uns weiter umsehen Ich glaube dazu müssen wir sogar erstmal hoch, ich bin mir noch nicht ganz sicher Da müssen wir ein bisschen was von hier rein Oh, sollen wir auf einmal dahinten, da gab es einen schnellen Sprung Ich weiß Grob, dass wir was brauchen Hey, was haben die mit Glottis gemacht? Stimm Glottis ist weg Den kriegen wir aber, den finden wir wieder irgendwo Da brauchen wir erst noch was, wo wir das Zeug drauf kriegen Oh, äh Ich bin cremig wie Soft-Eis Aber dem Geruch nach zu erteilen, ist das eher Spachtelmasse Ich weiß, wir müssen uns noch etwas anschauen Ich weiß nicht, ob das zu gut ist, wenn wir die andere ist ganz klar zurück Maschinen würden Wir schauen uns noch mal jung Da haben wir jetzt schließlich uns noch Halten, halb Ja, halb Ungesehen, ich gar nicht ungesehen Wir sehen, wir waren ja im Büro um So, ich weiß, dass man da noch irgendwie da rüberkommt Wir sehen, wir ist das komplette Büro zu Hmm, Domysbüro Jetzt schauen wir mal hin Da kommen wir aber rein Mein Domysbüro ist offen und er wollte ja vorher nicht, dass wir hier in uns umschauen Jetzt können wir Was zum Sieht wie ein leuchtendes Korallenstück aus Und das Ding was brauchen wir, das ist jetzt schon mal sehr wichtig Das haben wir noch Dann nix mehr, das ging ja schnell Also es geht hier nur diese eine Schublade, dann können wir die wieder zumachen Ich dachte wir finden hier noch etwas interessanteres Was ist das Sie können wir nix machen, der ist mit dem Passwort geschützt Der Können hier mal ein bisschen boxen Mal schauen, wie stark Manny ist Naja Manny ist nicht so stark, aber Wir haben eine Box, sehe ich gerade passiert noch etwas anderes So, genau, den brauchen wir ja, den Mundschutz Von Don Da kommt zum Beispiel diese komische Flüssigkeit drauf Wofür weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr Da ich wie gesagt vieles nur grob noch in Erinnerung habe Kann ich nicht gebrauchen Es ist ein Schloss dran Unglaublich Er traut mir nicht Ich versuche mal sein Passwort zu erraten Nein Goldjunge war es nicht Nee, da kommen wir jetzt erstmal nicht ran Ich finde wir sind ja durch das hintere Fenster glaube ich gekommen Und dann können wir auch hier wieder Jetzt gibt es nämlich einen Trick, dass wir ganz nach oben kommen Wir können so jetzt noch nichts machen, ganz nach oben Und zwar Können wir das hier hochziehen Da habe ich ehrlich gesagt länger gebraucht Bis ich das kapiert habe Damals Da erinnern wir mal damals noch sehr jung Und dann kann man das hier verweben Und dann hat er so ein Ende haben Wie gesagt, damals hat schon mal bei mir gedauert überhaupt zu merken Dass das überhaupt geht Jetzt kommen wir nämlich hier rüber Vor allem noch gehen die jetzt Das sind jetzt noch leicht Muss man sagen Die werden erst richtig kompliziert Und hier gab es nämlich einen Trick Da oben haben wir nämlich das Nest So, das heißt wir müssen hier drin irgendwas machen Und ich glaube das war ganz leid Wir bauen unten jetzt Brot Ich glaube das ist wirklich schnell Wir müssen unten jetzt hier noch Brot holen In den Luftballon dann dazulegen Und dann glaube ich schnappen sich die Tauben das Brot in dieser Schüssel Zerpicken dabei aber den Luftballon Ja und dann erschrecken sie natürlich und fliegen weg Wäre natürlich super wenn es jetzt so einfach wäre Ja Da ich dieses Jahr nicht richtig mitfeiern kann Spricht wohl nichts gegen ein bisschen Pandematos Ah wenn er so Zu Ehren des Todes ein weiteres Brot Und zum Not nehmen wir auch ein anderes ähm Figurchen mit Ich glaube das geht zwar mit den Sherlock Holmes aber Ich selber habe eine Katze Dann muss ich mir eine Katze machen Kein Problem Tata Dann nehmen wir uns noch die Katze mit So zwei Luftballons zwei Brotstangen das sollte erstmal reichen Hm Damit sollte sich doch was machen lassen Also wieder nach oben geklettert So Von hier wieder da hoch Pff Das eigentlich Monkey Island so spielt als Erst mit dem vierten Teil eigentlich mit ähm Passatuchsteuer Wundert mich weil Hier damals schon Klar wir haben jetzt eine andere Steuerung wie die von damals Damals war es halt einfach so Wenn der Charakter nach vorne geht Geht er nach vorne Also sprich man muss da immer in die Richtung drücken wohin der Charakter läuft Das ist jetzt schon ein bisschen anders So Nehmen wir erstmal dann schon Bevor uns legen wir den Helm Vielleicht erschrecken sie das hier Vielleicht Und Ein bisschen Brotrümel Dann schauen wir mal ob das funktioniert Dann schauen wir mal ob das funktioniert Wenn wir es uns vorstellen Und das hat auch ganz einfach geklappt Genau schwirrt ab ihr kleinen Mistfinken Das ist so ein recht logisches Rätsel eigentlich Ihr müsst mit mir kommen meine Kleinen Denn ich bin der Sensenmann So jetzt haben wir auch die Mann die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen Mehr nehmen wir nicht Wir nehmen natürlich nicht alles mit So viel sind wir dann doch nicht Und schon haben wir diese Taubeneier für sich Wie wir das unterfangen In diesem Salvatore Aber wie es so schön ist Das ist natürlich nicht das einzige Was Isa haben möchte Und schon wieder war der der Aber ich glaub Dieses Das gab es im Originalspiel auch Diesen Klitsch das einfach mal vorne stand So Und dann weil ich weiß dass wir das noch brauchen Ich weiß nicht mehr für was Aber wir können es ja schon herrichten Aber wir können es ja schon herrichten Die Flüssigkeit Mit der Zähne Mit dem Mundschutz Mit dem Mundschutz So dann denken wir wieder Agent Calavera und zwei Gäste Und durch und durch und durch Der wird uns jetzt schon sagen was ans nächstes Ich hab jetzt hier Ich hab jetzt jeden bei den Eiern geflügelter Boten züchten Ich hab jetzt jeden bei den Eiern geflügelter Boten züchten In einem Land verbreiten Das geht nicht Wir brauchen deinen Biss Um Zugriff auf den Computer zu bekommen Es tut mir leid Aber Freiheit Hat ihren Preis Ja Sie brauchen meinen Biss Also brauchen sie doch meinen Dann nehmen wir einfach nur die Zahnprothese raus Davon möchte ich keinen Abdruck machen Dieser Mundschutz ist voller Füllodent So und beißen selber mal rein Wow das hat einen perfekten Abdruck meiner Zähne ergeben Und einen ziemlich ekligen Nachgeschmack hinterlassen Komisch dass er nur schmecken kann Sie können nicht mehr viel aber schmecken können sie noch Aber die sollten nicht auch weg sein Die Geschmacksnerven aber ok Ich weiß nicht was ich davon halten soll Warum zeigst du es nicht meinem Nachrichtenoffizier Gut dann zeigen wir es mal Efer Manny das ist ja ein perfekter Abdruck deiner Zähne Mit dieser Form können wir ein falsches Gebiss gießen Das uns Zugang zum Computer verschafft Gute Arbeit Soldat Du bist ein Freund der Revolution Agent Calavera Und jetzt werde ich dir helfen Du die verlorene Seele finden willst mein Freund Musst du nach Rubacava Woher weißt du wo sie ist Ich weiß es nicht Aber jeder der in die neunte untere Welt will Muss vorher das Meer der Tränen überqueren Und dazu muss er sich in Rubacava eine Schiffspassage besorgen Wenn du vor ihr herankommst Wirst du sie bestimmt finden Auch wenn es etwas dauert Ich warte solange ich muss Manuel bist du verliebt? Verliebt? Liebe? Liebe ist für die lebenden Zell Ich will sie nur aus einem Grund Sie ist meine Fahrtkarte in die Ewigkeit Das war vielleicht ein Tunnel Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht So wir sind jetzt am Rand des versteinerten Waldes Und bevor wir weiter gehen Werde ich hier einen Cut setzen Und eine Pause einlegen Und wir sehen uns Das nächste Mal bei Chrome4Dango Ich hoffe es hat euch gefallen Daumen wenn oben Wenn ja Daumen nach unten Wenn nein Verbesserungen in die Kommentare Und ich sag Ciao Und wünsche euch noch einen schönen Tag Ciao